Ingwer Wasser kann leicht zu Hause zubereitet werden und ist eine bequeme Art, Ingwer wegen seiner potenziellen gesundheitlichen Vorteile zu konsumieren. Menschen verwenden Ingwer seit Jahrtausenden, sowohl als Aromastoff in Lebensmitteln als auch als Naturheilmittel, um eine Vielzahl von Krankheiten wie Schmerzen und Übelkeit zu behandeln. Obwohl es Studien gibt, die den potenziellen gesundheitlichen Nutzen von Ingwer unterstützen, gibt es nur begrenzte Forschungen zum Thema Ingwerwasser. Die meisten Studien deuten nicht darauf hin, ob die Teilnehmer Ingwer in Kapselform eingenommen, in die Nahrung gegeben oder als Ingwerwasser oder Tee getrunken haben. In diesem Video zeigen wir dir die potenziellen Vorteile und Risiken von Ingwer, sowie die Zubereitung von Ingwerwasser. Hier sind 5 gesundheitliche Vorteile von Ingwerwasser. Nummer 1 Schmerzen Ingwerwasser kann helfen, einige Arten von Schmerzen zu lindern. In einer Studie, an der 60 Erwachsene mit Migräne-Schmerzen beteiligt waren, fanden Forscher heraus, dass die Verwendung von Ingwer als Zusatztherapie besser war als die Einnahme von Schmerzmitteln allein. Nummer 2 Übelkeit Ingwer wird seit langem als pflanzliche Behandlung bei Übelkeit eingesetzt. In einem Bericht von 2015 betrachteten die Forscher 9 Studien, in denen Menschen Ingwer gegen postoperative Übelkeit, Nebenwirkungen der Chemotherapie, virale Übelkeit und Morgenübelkeit verwendeten. Die Studien, obwohl nicht immer von klinischer Bedeutung, zeigten alle, dass Ingwer eine Verringerung von Übelkeit und Erbrechen bewirkt. Nummer 3 Cholesterinspiegel Eine Studie deutet darauf hin, dass Ingwer den Cholesterinspiegel senken kann. Die Probanden aßen eine cholesterinreiche Ernährung, die ihren Gesamtcholesterinspiegel, Triglyceride und LDL-Proteine erhöhte. Die Forscher fanden dann heraus, dass der Konsum von Ingwerpräparaten bei den Probanden einen hohen Cholesterinspiegel im Blutkreislauf verringerte. Nummer 4 Blutzuckerkontrolle Ingwerwasser kann helfen, den nüchternen Blutzuckerspiegel bei Menschen mit Typ 2 Diabetes zu kontrollieren. In einer zwölfwöchigen Studie teilten die Forscher 41 Menschen mit Typ 2 Diabetes in zwei Gruppen ein. Eine Gruppe nahm jeden Tag 2 Gramm Ingwerpulverkapseln ein, während die zweite Gruppe ein Placebopräparat erhielt. Die Menschen, die den Ingwer einnahmen, erlebten eine signifikante Senkung des nüchternen Blutzuckerspiegels. Nummer 5 Gewichtsabnahme In einer weiteren Studie teilten die Forscher zehn Männer in zwei Gruppen ein. Eine Gruppe trank nach dem Frühstück warmes Ingwerwasser, die andere Gruppe tat es nicht. Die Männer, die das Ingwerwasser tranken, berichteten von einem Völlegefühl. Obwohl die Studie klein war und zusätzliche Studien notwendig sind, deutet sie darauf hin, dass Ingwerwasser eine Rolle bei der Gewichtsabnahme spielen könnte. Risiken und Nebenwirkungen Das Trinken von Ingwerwasser scheint für die meisten Menschen sicher zu sein. Es kann jedoch einige Situationen geben, in denen es am besten ist, zuerst einen Arzt aufzusuchen. Nach Angaben von Experten gibt es einige Bedenken, dass Ingwer blutverdünnende Medikamente stören könnte. Obwohl die Forschung nicht eindeutig ist, sollten Menschen, die Blutverdünner nehmen, mit ihrem Arzt sprechen, bevor sie Ingwerwasser trinken. Menschen, die Ingwerwasser im Übermaß trinken, können leichte Nebenwirkungen haben. Dazu gehören Blähungen, Bauchschmerzen, Durchfallerkrankungen und Sodbrennen. Eine Studie untersuchte die Sicherheit von Ingwer während der Schwangerschaft. Die Forscher fanden heraus, dass die Verwendung von Ingwer während der Schwangerschaft zur Behandlung von Übelkeit und Erbrechen kein Risiko darstellt. Obwohl keine Studien zu dem Schluss gekommen sind, dass Ingwer in der Schwangerschaft Schäden verursacht, ist es dennoch am besten, mit einem Arzt zu sprechen, bevor man Ingwerwasser während der Schwangerschaft trinkt. Wie man Ingwerwasser zubereitet Ingwerwasser ist als Kräuterwasser, Tee und Saft erhältlich. Er kann sowohl heiß als auch kalt getrunken werden. Menschen können jedes dieser Produkte online kaufen. Alternativ kann eine Person Ingwerwasser zu Hause herstellen. Die beste Art, es herzustellen, ist die Verwendung von frischer Ingwerwurzel. Eine gängige Art, Ingwerwasser herzustellen, ist wie folgt. Zirka 1,5 Teelöffel frischen Ingwer reiben. Etwa 4 Tassen Wasser kochen lassen. Den Ingwer ins Wasser geben und kurz köcheln lassen. Dann das Wasser vom Herd nehmen. Den Ingwer circa 5 bis 10 Minuten ziehen lassen. Die Flüssigkeit abseihen, um die Ingwerstücke zu entfernen. Das Wasser ausreichend abkühlen lassen. Ingwer hat einen starken Geschmack. Für einige Leute kann das Hinzufügen eines Aromas wie Honig und Zitrone den Geschmack verbessern. Trinkst du gerne Ingwerwasser? Lass es uns in den Kommentaren wissen. Vergiss nicht, dem Video ein Like zu geben und unseren Kanal zu abonnieren.